Rastenfeld im Waldviertel. Hier inmitten dieser wunderschönen Landschaft werden Pellets hergestellt. Das Motto Energie aus der Region für die Region. Pellets sind aber nicht Pellets. Die Qualität ist von größter Wichtigkeit, wenn eine Pelletsheizung perfekt funktionieren soll. Ein Grund, uns die Alternativ-Energieproduktion der Firmengruppe Avia Eigl und der Firma Gebrüder Steininger einmal aus der Nähe anzuschauen. Vor dem Bandtrockner treffen wir die beiden Geschäftsführer der Pelletswerk Waldviertel GmbH, Franz Preiß und Sägewerksbesitzer Gerhard Steininger. Die 30.000 Tonnen Sägespäne, die pro Jahr für diese Pelletsproduktion gebraucht werden, stammen aus dem Sägewerk, das praktischerweise am selben Betriebsgelände steht. Zunächst werden aus den Sägespänen, die zu 100% aus Fichte bestehen, größere Holzteile und Fremdkörper entfernt. Mit der Restwärme aus dem Biomassekraftwerk, das ebenfalls nur wenige Meter entfernt ist, erfolgt die Trocknung. Umwelt- und energieschonend. In einer Hammermühle werden die getrockneten Sägespäne auf eine einheitliche Größe zerkleinert. In der Presse werden die so vorbereiteten Sägespäne unter hohem Druck verdichtet. Das Ergebnis? Pellets, die strengsten Qualitätsnormen entsprechen und höchste Funktionssicherheit garantieren. Nach der Pressung und Abkühlung der Pellets auf Außentemperatur werden nochmals alle restlichen Feinteile abgesiebt. Laufende Kontrollen im werkseigenen Labor sorgen für immer gleichbleibende Pelletsqualität. Die fertigen Pellets werden in zwei großen Silos gelagert. Die gesamte Kapazität des Werkes reicht für den Jahresbedarf von 4.000 bis 5.000 Haushalten. Avia Eigel, grüß Gott, Fiedermapparat. Was kann ich für Sie tun? Sieben Tonnen natürlich Waldviertelpellets können wir Ihnen prompt liefern. Mit natürlich Waldviertelpellets nutzt Avia Eigel Potenziale erneuerbarer Energiequellen für den Wärmemarkt von morgen. Mit Pellets heizt man wesentlich preisgünstiger als mit den meisten anderen Energieformen. Durch die Lage des neuen Pelletswerkes mitten im Waldviertel sind auch die Zustellwege äußerst kurz. Und die Pellets sind dafür schneller und termingenauer beim Kunden. Außerdem bieten natürlich Waldviertelpellets Wärme auf Vorrat. Aber der größte Vorteil hat einen ganz natürlichen Grund. Natürlich Waldviertelpellets wird es immer geben. Denn Holz wächst ständig nach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017